Ach, hast du gerade den Gag vollendet, weil du schon mal da warst? Machst du jetzt meine Gags? Wo warst du? Ich kenne dich nämlich, wo warst du? Letztes Jahr in Würzburg warst du? Da habe ich dich vorgeholt in die erste Reihe, ich weiß noch ganz genau. Weil da warst du hinten, hast dich beschwert. Hier durften die Rollifahrer gar nicht nach vorne. Bock, 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 bock. Ja, hast ausgeparkt, hast hier einen U-Turn gemacht. Die Leute haben noch Kies in der Fresse gehabt, weil du hier gedacht hast, oh, ich habe einen Turbo, Digga. Und heute sitzt du so in der ersten Reihe, guck mal her, ich muss dich mal ganz kurz in den Arm nehmen. Geht's dir gut? Sehr gut. Wenn du noch einen Gag-Spoiler hast, kommst du auf die Bühne? Das willst du sehen? Dennis? Heute wird gearbeitet, Junge. Wie heißt du nochmal? Das ist wirklich geil. Ich frage dich, wie du heißt und du sagst mir deinen Insta-Namen. Bei dir rollt das so heftig, Alter. Evie, ohne Spaß, du bist so eine Ehrenfrau. Was hast du noch dabei? Du hast ein Schlüsselband, wo es draufsteht. Ach, du willst ein richtiger Superstar werden. Das kriegen wir hin, wir werden dir alle folgen. Sag mir genau, wie du heißt. Sag es mir nochmal ganz genau. Aktiv, Punkt, mit, Punkt, Rolli. Weiß ich doch, du kommentierst doch immer bei mir. Ich sehe das auch. Ja, danke dafür. Oh, du bist so süß. Guck sie mal an. Oh nein. Evie. Und du kannst da auch Gags auf deine Kosten ab, ne? Du liebst das, ne? Der Comedy, was für dich? Also jetzt nicht Stand-Up, aber so. Guck mal hier, ne? Ihr seid ihr. Guck mal, Evie lacht. Das meine ich vorhin. Guck mal, Evie setzt sich extra nach vorne. Ich meine, den Stuhl hat sie dabei, ja? Und ich meine, guck mal, es gibt Menschen, die immer so, nee, nee, Stock im Arsch und so weiter. Und du zeigst allein mit deiner Anwesenheit, dass du dich wieder hier in die erste Reihe setzt. Meine Gags, Spoilers. Hör auf zu fotografieren mit Blitz. Hacks bei dir oder was? Weißt du, eine 60-Jährige, ich habe eine Taschenlampe. Ich dachte, das ist ein Telefon. Evie, danke, dass du mit deiner Anwesenheit allen Menschen hier zeigst, wie geil man mit Comedy umgehen kann, mit sich selber umgehen kann, sich selber nicht so ernst nehmen kann und das Leben einfach genießt. Thank you so much. Was steht bei dir? Ach, Inkluencerin. Jetzt sehe ich das erst. Inkluencerin, wegen Inklusion und Influencerin zusammengemixt. Oh mein Gott, lass das mit der Comedy. Mega. Ohne Spaß, Evie. Mega.